Attraktive 60-Jährige. Das klingt ja furchtbar. Los jetzt, wir brauchen eine perfekte Anzeige. Charmande. Reizende. Humorvolle Sprechstrahl. Humorvolle Dame. Dame klingt gut. Sucht Gentlemen? Klingt langweilig. Ach ja? Dann vielleicht lieber weiblicher Skorpion sucht passendes Sternzeichen zum Kennenlernen. Oder noch besser. Sie sucht Pendant mit Herz und Verstand für gemeinsame Stunden. Das ist nix, bebraucht Jedermann. Klingt ja wie eine Sexanzeige. Lieber Sexanzeigen steht dann, junge schlanke Sie massiert dich Haus- und Hotelbesuche. Oder zum Beispiel hier. Die Seitensprungagentur. Das hörst du nicht? Au! Du rabiates Frauenzimmer. Jammer nicht. Überleg einen Text. Ich hab einen. Wer liest mir die Trauben von den Reben? Wer pflückt mir den Feigen frisch und süß und lässt mir so mein Herz beben? Normalerweise knie da dabei vor mir. Nochmal das Gleiche, bitte. Eine coole, eine selte. Mhm. Ach, wie romantisch. Ja. 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 Ja.